... ... ... Sag nicht das! Maria! Maria, beantwortet mir, wenn du hier bist! Maria! Oh Gott, Maria, wo kann sie denn nur sein? Was hab ich nur getan? Rosa! Wisst ihr, wo Maria ist? Na, sie ist bei dir? Nein. Nein. Maria! Ist sie nicht hier? Nein! Maria! 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 Maria, es tut mir so leid. Ich wollte es nicht, es tut mir so leid. Es war alles meine Schuld. Es war alles meine Schuld. Maria! Ich kann sie nicht finden. Meine Rose. Gott sei Dank, es geht dir gut. Mann, ich hab mir schon solche Sorgen gemacht. Gott sei Dank hast du deinen Schirm mitgenommen. Ich hab mir meinen Schirm ausgeliehen. Hä? Ausgeliehen? Von wem? Von Beatrice. Hä? Von Beatrice? 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 Von Beatrice?